Am Anfang war der Wald. Das ist meine erste Kindheitserinnerung. Die Gewässer, die wilden Tiere und die Lebendigkeit der Pflanzenwelt lassen mich jeden Tag aufs Neue staunen, welche Wunder uns umgeben. Alles ist miteinander verbunden. Als Heilpraktikerin begleite ich Menschen, die in ihrem Alltag mehr Kontakt zur Natur suchen. Denn die Natur kann uns eine gute Medizin sein. Sie ist eine Kraftquelle, die uns immer umgibt. Entdecke die Wildnis in dir, entfessele deine grüne Seele und lebe deine Einzigartigkeit. Lebe! 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 Lebe!